Guten Morgen an alle Fallschüler und an alle Raufenschüler zu unserem zweiten Live-Training hier online im Internet auf unserem YouTube-Kanal. Heute braucht ihr ein bisschen mehr als nur eine dicke Decke oder eure Matratze zum Fallen. Heute braucht ihr einige von euch, habe ich ja schon gesehen, die haben sich schon zu einer Puppe gebaut. Das heißt, heute braucht ihr diese Puppe oder aber, wer keine hat, der holt sich schnell eine Sporttasche oder einen Rucksack und stopft diesen Rucksack und die Sporttasche mit einem Kissen vor. Ja, geht genauso. Also geht schnell los, holt euch eine Sporttasche oder einen Rucksack und dann macht ein paar Kissen in diese Sporttasche rein. Jetzt geht's zu. So, genau. Also einen Rucksack oder eine Sporttasche holen und einfach da euer Kopfkissen reinstecken oder kleine Kissen. Und dann machen wir heute wieder das Rückwärtsfallen mit einer kleinen Hubprobe. Da brauchen wir das hier übrigens. Bisschen Kraft trinken natürlich auch zum Fallen. Wir machen heute auch für die anderen Raufen, Schüler, ein bisschen was im Bodenkampf. Dann laden auch die Fallschüler schon mal so ein bisschen was für den Bodenkampf dazu. Für das brauchen wir alles unseren Rucksack. Und wer Lust hat, baut sich so eine Wurfpuppe. Die Anleitung findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Ist eigentlich ganz einfach. Euch reicht die einfache Wurfpuppe ohne Judoanzug. Die reicht euch voll und ganz. Dann können wir schon mal ein paar Sachen mehr machen. So, habt ihr so langsam. Ja, dann können wir es mal auf die Seite stellen. Das brauchen wir nachher. Dann schalten wir ein bisschen übrig. Das ist natürlich auch auf die Seite. Schade, dass wir gerade keine Kittensschlacht machen können gerade. Okay. Habt ihr es? Gut, dann starten wir mal so langsam. Wir fangen heute in einer Liegestützposition an. Wir strengen gleich mal unsere Arme, Beine. Wir strengen gleich unseren ganzen Körper an. Wir strengen gleich in eine Liegestützposition. Und wir laufen mal hier so auf den Beinen. Immer sofort zurück. Jawohl. Seit mal weiter vor. Bis vor zu den Armen. Große Sprünge. Wollen wir kurz sein. Wollen wir lange. Und dann stopp. Wir gehen ein bisschen nach hinten. So weit wie ihr könnt. Ja. Bis zu einer Wand seid oder so. Und dann rennt ihr nach vorne. Wenn ich sage, los. Rennt ihr nach vorne. Geht in die Hocke. Renn zurück mit der Wand und stelle ich hin. Okay. Seid ihr bereit? Fertig. Los. So weit wie möglich. Zack runter. Zurück hinstellen. Fertig. Los. So weit wie möglich. Zack runter. Und wieder hinstellen. Fertig. Zack los. So weit wie möglich. Zack runter. Da wieder hinstellen. So weit wie möglich. Drittes Mal. Wollen wir das? Vier. Fertig. Los. Runter. Und zurück. Und du machst es so schnell wie möglich. Letztes Mal. Runter. Und zurück. Dann gehen wir wieder in eine Liegestützposition. Ich muss mich jetzt umdrehen zu euch. Dass ihr seht, wie es geht. So. Jetzt macht die Beine über den Hampelmann. Auf und zu. Und auf und zu. Genau. Und los. Wie ein Hampelmann. Beine auf und zu. Stopp. Jetzt die Beine, Beine vor. Und zurück. Vor. Und zurück. Vor. Und zurück. Und wieder auf und zu. Nehmen wir mal vor und zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Wer es kann, kann es auch schneller machen. Und noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Und wir machen jetzt fünfmal vor und zurück. Seid ihr bereit? Fertig. Los. Tief in die Hocke. Und raus. Nummer zwei. Fertig. Und los. Tief in die Hocke. Und raus. Nummer drei. Fertig. Und los. Tief in die Hocke. Und raus. Fertig. Nummer vier. Und los. Tief in die Hocke. Und raus. Fertig. Tief in die Hocke. Und raus. Ja, aber super. Sehr gut. Letztes Mal. Die Liegstützposition. Das machen wir. Die beiden gestreckt hoch und runter. Und nicht nachgeben. Nicht so mal. Ganz genau. Ganz anspannen. Ja, wenn wir noch eine Runde gehen. Ganz anspannen. Und durchhalten. Los geht's. Jawoll. Und stopp. Und letztes Mal nochmal sprinten. Zurück. Und wieder. Fertig. Aus los. Tief. Und zurück. Fertig. Tief. Und zurück. Fertig. Los. Tief. Und zurück. Fertig. Los. Teif. Und zurück. Werden um. und fünf, und aus, tief, und zurück, gut, dann machen wir noch ein bisschen Kraftübung fürs Fallen, legen wir uns auf den Rücken, und wir haben den Kopf hoch, das machen wir jetzt so lange, und gleich einen Würfel, bis ich eine Sechs gewürfelt habe, also, seid ihr bereit, auf den Rücken legen, ich hoffe, ich sehe sowas, Kopf hoch, und ich würfle, und so lange halten Sie eine Sechs ab, ich habe eine Eins, eine Fünf, das war knapp, eine Eins, oben halten, eine Sechs, und fertig, sehr gut, wir gehen auf die Ellbogen, und hier Popo hoch und halten und so, wieder bis ihr eine Sechs gewürfelt habt, fertig, und los, zwei, vier, eins, oh, zwei, oh, drei, zwei, oh, Mist, jetzt haben wir Pech, zwei, halten, eine Vier, oh, Mann, eine Zwei, oh, Mist, oh, eine Eins, eine Sechs, und fertig, und fertig, uh, das war auch, das war, 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 das war. Dann noch mal auf den Rücken legen, Kopf hoch, noch einmal, Achtung, fertig, los, eine Drei, eine Zwei, eine Drei, eine Drei, eine Drei, Da waren die drei. Wie gibt es denn sowas? Die eins. Eine sechs. Und Pupshaltung. Weile Gäste, Pupshaltung. Sitzen Sie da, Beine oben, Hände über die Knie. Ich denke, das ist Pupshaltung. Wenn man pupst, hebt man ab. Deshalb hier die Pupshaltung. Fertig? Das geht auf den Bauch, gell? Und los. Oh, eine sechs. Oh, das war billig. Und noch mal den Kopf. In den Kopf hoch. Und noch mal. Eine vier. Eine drei. Eine eins. Eine eins. Eine fünf. Eine zwei. Eine fünf. Oh, jetzt wird es hart. Eine vier. Halt in. Drei. Immer noch mal einen drei. Eine vier. Und mal einen eins. Eine zwei. Eine sechs. So, jetzt müsst ihr so lange die Kiste wegschieben, bis ihr eine sechs gewirft habt. Kiste wegschieben für alle Gäste. Bitt ihr auf den Rücken. Zwischen euren Beinen ist eine Kiste. Die Hände sind in einer Kiste dran. Ihr kommt hoch, schiebt die Kiste weg. Das tut mir so, die Kiste hat Rollen dran. Du kommst wieder zurück. Und drückt euch nach hinten. Dann drückt ihr die Kiste weg. Und dann kommt die wieder zurück. Und drückt euch auf den Rücken. Kiste wegdrücken. Oh, die kommt dann auch. Genau. Sehr bereit. Das müsst ihr jetzt wissen, alleine machen. Fertig. Und los. Eine zwei. Eine zwei. Weiter mache. Durchhalten. Eine eins. Eine eins. Durchhalten. Komm schon. Weiter, 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 weiter. Oh. Eine fünf. Eine eins. Eine sechs. Und stopp. Sehr gut. So, jetzt gehen wir auf die Seite. Ein bisschen Kraft auf die Seite zu fallen. Zubekommen. Hände hier. Oder wer so ein bisschen wackelt hier am Popo nachher. Können Sie auch gerne nach vorne tun. Hier sich ein bisschen abspitzen. So, ihr geht gleich mit dem Popo hoch. Haltet euch so. Popo nach vorne drücken. Nicht so machen. Auch nicht so machen. Ganz gerade. Eure Brust muss nach vorne hier zum Computer schauen. Ja, ihr könnt euch hier vorne nicht sagen, noch abstützen lassen. Aber nicht so abstützen. Und so. Okay. Seid ihr bereit? Fertig. Los. Oh, eine sechs. Mann. Das ging schnell. Andere Seite. Haben wir Glück gehabt, hm? So, fertig. Und los. Ups. Ich wackele ein bisschen. Jetzt bin ich stabil. Jetzt geht's los. Oh, eine eins. Eine drei. Eine drei. Eine vier. Eine eins. Oh, oben halten. Fünf. Nicht runter gehen. Eins. Eine sechs. Und stopp. Puh. Noch einmal den Kopf. Fertig. Kopf hoch. Und los jetzt. Eine vier. Eine sechs. Oh, das ging schnell. Sehr gut. Haben wir die Zeit. Kurz ein Schluck nehmen. Kurz was trinken. Ups. Und dann braucht ihr eure Decke oder eure Matratze. So, die Matratze. Kleine Wurzeln weg tun. So. Wir starten wieder mit dem Rückplatzfall. Also, die Schritte nochmal. Geht's nochmal im Kopf durch. Ich sag's auch gleich nochmal. Was fangen wir an? Was ist das wichtigste Teil im Körper, was nicht verletzt werden darf? Genau euer Kopf. Das ist das Erste, was ihr schützen müsst. Kopf nach unten. Dann tief in die Hocke gehen. Dann nach hinten kippen. Die Beine strecken. Dann, wenn die Beine gestreckt sind. Nach vorne helfen die euch, den Kopf oben zu halten. Und dann mit den Händen neben dem Popo abklatschen. Mach einmal so. Kopf runter. Tief gehen. Bam. Alle Muskeln hier. Alles anspannen. Nicht wie so ein Schlafzahn. Alles anspannen. Ja. Schön euren Körper. Gucken, wo eure Muskeln stark sind. So, fertig. Und loslegen. Kopf runter. Tief gehen. Bam. Ich zeig's mal von verschiedenen Seiten immer, dass ihr seht. Kopf runter. Tief gehen. Bam. Kopf runter. Tief gehen. Bam. Immer tief gehen. Ja. Umso tiefer ihr seid, umso weniger tut es weh. Was höher, wenn ihr von hoch runter fallst, tut es euch mehr weh, als wenn ihr von tief unten fallst. Und weitermachen. Immer weitermachen. Nicht aufhören. Und weiter. Noch drei Stück geht er. Los geht's. Eins. Und wieder aufstehen. Und zwei. Und wieder aufstehen. Und letztes Mal drei. Woll. Macht ihr gut gemacht. So, jetzt kommen wir zu einem bisschen zur Mutprobe. Und wiederholen das, was wir letztes Mal gemacht haben. Dann kommt heute eine zweite Mutprobe dazu. Letzte Woche habe ich ja gesagt, stell euch irgendwie sowas hin. Und sollt ihr auf den Schuh laufen, als würde geschubst in den Falten nach hinten. So ähnlich machen wir das auch nochmal. Stell euch hier die Tasche hin. Tief runter. Drüber. Rum. Rückwärtsfall. Ja, ich zeig's mal von der Seite. Hand in den Stellen. Zopf runter, zieht runter. Bam. Rückwärtsfall. Okay. Wieder fünfmal mit der Tasche. Drei. Und komm, auf drei. Zwei. Und noch ein letztes Mal. Einmal noch. Super. Gut gemacht. Das heißt, das wird's ein bisschen spannender. Jetzt machen wir das. Mit Laufen. Das heißt, ihr geht ein bisschen weg. Lauft rückwärts. Bis hier. Übel Taschen steuert. Ja. Ganz mutigen. Machen die Augen zu beim Laufen. Und nicht nach hinten gucken. Und nicht nach hinten gucken, wann die kommt. Augen zulaufen. Ups. Und rückwärtsfall. Augen zu. Ganz mutig. Okay. Und los geht's. Und noch mal. Augen zu. Und noch mal. Augen zu. Oh, zwei gespiegelt, ne? Gut. Und noch zwei. Und noch einmal. Jawoll. Sehr gut. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen mehr Mut haben. Denn jetzt steht ihr auf was ganz Wackeligen. Ihr seid Wander. Ja. Und dann müsst ihr so durch den Wald durch. Und dann müsst ihr so ein Holz. Oder so ein Baumstamm drüber. Und der ist so ein bisschen wackelig und glitschig. Und dann steht er drauf. Und dann steht ihr so. Und dann rutscht er aus. Ja. Ja. Also auf eure Tasche draufstehen. Und dann so ein bisschen hoch. Nach hinten. Okay. Vielleicht kann ich mit euch mit so einem Wackelkissen machen. Aber habt ihr wahrscheinlich nicht daheim. Wer einen Wackelkissen daheim hat, kann auch gern das nehmen. Ja. Auf. Und um. Ups. Aufstehen. Und um. Und um. So. So. Schon wenig Kissen habe ich da drin. Das fang ich nicht so sehr. Das muss man voller machen hier. Okay. Sehr gut. Gefallen sind wir. Jetzt kommen wir mal ein bisschen was. Zum Bodenkampf. Wir nennen es auch Kniekampf bei uns im Training. Weil ihr nicht aufstehen dürfen. Du darfst auf den Knien sein. So. Gewinnen könnt ihr dann bei so einem Kniekampf. Wie lange ihr auf dem Rücken festhaltet. Wer weiß es noch. Genau. 20 Sekunden. So könnt ihr gewinnen. Da gibt es einen kleinen Trick. Die Rang-Raufen-Gruppe hoffentlich kennt noch dieses Zauberwort. Na. Denkt mal kurz drüber nach. Wie war das Zauberwort im Bodenkampf. Wenn ihr einen festhaltet. Wir haben den Reitergriff, glaube ich. Und den Kreuzgriff gemacht. Das heißt belastet. Ihr müsst euch so schwer wie eine Betontolle machen. Wie eine Betontolle machen. Richtig drauf. So. Jetzt legt ihr euch auf den Rucksack richtig drauf. und dreht euch einmal wie ein Brunzeiger. Um euren, auf eurer Tasche rum. Und dass nicht runtergehen. Immer drauf bleiben mit eurer Brust. Genau. Wenn ihr eine Runde habt, dann macht es zur anderen Seite. Immer drauf bleiben. Rum. Drauf bleiben. Genau. Und haltet fest, dass ihr nicht, der darf nicht so mitbringen. Ja. Ihr müsst den Festhalten mit dem Haken. Nur ihr belegt euch um. Die Tasche. Und ihr eurer Partner. Der muss unten immer bleiben. Immer fest bleiben. Und noch einmal in die andere Richtung. Achtet drauf, dass eure Tasche nicht mitdreht. Ja. Immer festhalten. Immer drehen. Einmal rum. Einmal rum. So. Jawohl. Sehr gut. Super. So. Dann holen wir den Kreuzhaltegriff nochmal. Wenn ihr euch dran, den Kreuzhaltegriff. Da seht ihr, euer Partner, aus wie ein Kreuz. Das heißt, der eine liegt so. Und der andere liegt so. Das heißt, meine Tasche jetzt lang ist und so liegt. Lege ich mich so drauf. Und habt ihr gehört? Weißt du, was euch immer sagt beim Rangelraufen? Da geht Luft raus. Hier bei dem auch. Hört das mal ganz deutlich. Ganz leise sein. Jetzt zu. Alles gut? So geht es eurem Partner auch, wenn der unten liegt. Richtig mit der Brust drauf. Arme ganz ran. Kopf nach unten. So seid ihr am schwersten. Ja. Da ist der Kreuzhaltegriff. Und was fehlt noch? Die Stützen. Beine breit. Genau. Andere Seite. Andere Seite. So. Auch hier wieder. Brust. Auf Brust. Ja. Den Spruch kennt ihr sicher auch. Brust. Auf Brust. Und zieht der Gürtel. Luft raus. Rang. Kopf runter. Jawohl. Beine breit. Große Stütze machen. Beine breit. Und Seite wechseln. Achtung. Boah. Beine rein. Da geht richtig duft raus. Beine breit. Popo runter. Nicht so machen. Ja. Popo runter. Alles runter. Und mit der anderen Seite. Achtung. Und festhalten. Jede Seite nochmal zweimal. Kreuzhaltegriff. Nenne ich dann. Das aussieht wie ein Kreuz. Schnell nochmal rüber auf die andere Seite. Und noch einmal. Jawohl. Und richtig drauf, dass die Luft rauskommt. rausgeht. Ja. Dann haben wir noch. Soweit ich weiß. Den Fallschirmgriff gemacht. Dann sitzt du drauf auf den Partner. Und mach genau das halt. Wie auf einem Pferd sitzen. Ja. Du sitzt nicht aufrecht. Und guck hier rum. Sondern wieder. Prost auf Brust. Und festhalten. Genau. Dann geht wieder hoch. So. Wieder auf dem Pferd sitzen. Und. Und. Du könntest auch richtig drauf springen. Und wieder hoch. Und drauf springen. Und festhalten. So. So könnt ihr heute Abend. Mal euren Papa oder eure Mama festhalten. Ja. Wenn ihr jetzt mal übt. Versucht ihr mal so lang wie möglich festzuhalten. Wie gesagt. 20 Sekunden. Dann müsst ihr den festhalten. Dann hättet ihr den Kampf gewonnen. Ja. 20 Sekunden. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Nach 10 Sekunden. Bekommt ihr auch schon einen Punkt. Was auch nicht ganz so schlecht ist. Also könnt ihr mal. Wenn ihr habt. Auf 10 zählen. 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Habt ihr schon einen Punkt. Ja. Gewonnen habt ihr. Wenn ihr noch mal auf 10 zählt. Dann habt ihr ganz gewonnen. Okay. So. Jetzt wechseln wir. Wir machen. Von der Seite. Freizeitig. Als 1. Festhalten. Drauf sitzen. Wie auf einem Pferd. Drück. Festhalten. Weiterhalten. Von der anderen Seite. Und nochmal ein Kreuzhalten. Sehr gut. Super gemacht. Ja. So. Das machen wir jetzt immer mit dazu. Wenn ihr es schafft. Diese Woche euch so eine Wurfpuppe zu bauen. Da braucht ihr nicht viel. Da braucht ihr einfach. Handtücher. Eine Isomatte. Oder entweder so ein Rohr. Oder eine Schwimmnudel. Oder sowas. Eine Anleitung findet ihr auf unserem YouTube. Dann können wir nächstes Mal noch zwei andere Haltegriffe machen. Wir holen die nochmal. Machen wir auch noch zwei andere Haltegriffe. Und auch über das Lachen mit so einer Puppe. Können wir auch dann ein bisschen kämpfen. Ja. Das machen wir aber dann nächste Woche. So. So. Nächste Woche. Also dran denken. Entweder nochmal so eine Tasche. Oder ihr baut euch so eine Wurfpuppe. So. Unsere Abschlussübungen. Beine nach vorne. Beine strecken. Zehen so anziehen, dass die Fersen weg vom Boden sind. Und wir gehen nach vorne. Oh, heute Morgen bin ich steif. Uh. Uh. Das war schon besser. Uh. Oh, mit den Fingerspitzen vor die Zehen. Oh, das tut auch weh. Mann. Yeah. Spät ist auch. Oh. Morgen nicht so fit. Oh. Alter. Oh, jetzt wird's besser. Jetzt wird's besser. Ja. Jetzt wird's besser. Du musst immer ein bisschen halten. Bis die Muskeln dann, sie sind richtig langgezogen. Gut. Fersen, Fußsohlen zusammen. Und wir drücken die Knie nach unten. Richtig runterdrücken. Wer es schafft, auf dem Boden. Schaffe ich mich nicht mehr. Ah, das stand schon so. Dann machen wir mich fit. Ja. Ja, 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 ja. Und wir strecken die Beine. Nur ein Bein. Und mit der freien Hand drücken wir so auf das Knie drauf. Das ist noch ein bisschen länger wird das Bein, ja. Ja, ganz lang, ja. Und draufdrücken. Jetzt ganz lang. Jetzt seht ihr das ja. Ah, muss ich zu eng. Ja, ganz langes Bein. Nicht so machen. Das könnt ihr doch. So richtig draufdrücken und lang machen. So, super. So, rein. Und Bein drunter. Und an die Brustenrand. Ganz nah ran. Kennt ihr auch Stinkefuß? Kennt ihr auch? Und ein Stinkefuß. Hier stand. Ja. Gut. Und ein anderes Bein. Lang. Ganz lang. Andere Hand mitrücken ein bisschen. Aber muss auch hier spannen. Ganz lang. Jawohl. Gut. Und hier ran. Ran, 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 ran. Und nach Hintern mit den Zehen auf den Boden kommen. Ganz hoch. Das schafft mir die Knien auf den Boden. Das ist ja besser als ich. Das schaffe ich nicht mehr. Mit den Knien auf den Boden wäre super. Zehen sind gut. Knie sind super. Mit den Knien neben den Ohren auf den Boden zu kommen. Oh. Und dann hier mit den Knien neben den Ohren auf den Boden. Sehr gut. Noch ein bisschen halten. Nicht gleich nach vorne. Noch ein bisschen halten. So, haben Füße nach hinten. Hände zusammen. Hände zusammen. Hände zusammen. Hinter den Kopf. Kinn auf die Brust. Hände. Und die Hände. Und dann hier. Kopf nach vorne ziehen, beweglich wird immer im Nacken, gut, dann die Hände hinter den Rücken und falten, legt euch auf den Bauch, das kennt ihr schon, das ist schon ein alter Hut, die Gefangenenübung, ohne Hände aufstehen, übe den Tor nach unten, ohne dass die Hände aufgehen, Beine durch, in den Zähnen, Fesseln aufmachen, hey ho, sehr gut habt ihr das gemacht, drüber Training gewesen, habt ihr gut gemacht, alle gut mitgemacht, denkt jetzt dran, nächste Woche haben wir wieder so eine Tasche zu packen, ein bisschen voller vielleicht, wie jetzt meine ist da, oder ihr baut euch seine Wurfpuppe, die Anleitung findet ihr auf unserer Homepage, zeig es euch nochmal, das macht auch Spaß, da könnt ihr auch so nebenher ein bisschen da was machen mit ihr, die könnt ihr, die könnt ihr hinwerfen, jawohl, ja, also, wenn ihr wollt, baut euch sein Wurfpuppe, dann könnt ihr auch schon, vielleicht mal noch einen Fernkurs mitmachen, der Montag stattfindet, und dann seht ihr schon mal so ein bisschen, was die so machen, und könnt mal schon ein bisschen üben, denn einige von euch dürfen ja dann ab Juli, hofft, dass wir da schon das mitmachen können, dann anfangen, kurz mitmachen. So, das war's für euch, ich wünsche euch viel Spaß in dieser Woche, macht das Programm öfters, dann könnt ihr es besser, jetzt habt ihr den Vorteil hier mit den Filmen, und ich wünsche euch eine schöne, gesunde Woche, wir sehen uns nächste Woche, selben Tag, selbe Uhrzeit wieder, Dienstag, 11 Uhr, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, dann bekommt ihr immer mehr Infos, das kostet nichts, teilt die mit euren Freunden und liked die gehen, also das mit dem Daumen hoch, okay, tschüss, tschau, bye-bye, bis nächste Woche. Okay.